Hallo und herzlich willkommen hier auf Mekera. Ja Leute, in dir ist es ein bisschen klären gehen. Heute sage ich euch auf jeden Fall, wie man Supercell Creator sein wird. Zum Beispiel, Supercell hat ja verschiedene Spiele, wie zum Beispiel Clash Royale, Clash of Clans, Royal Stars, Godbusters, Bombich und so eigentlich auch noch. Und es gibt auch natürlich verschiedene Supercell Creator Stufen, also Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Bei Stufe 3, erst da kriegst du den Creator Code. Bei Stufe 1 und bei Stufe 2, da kriegst du eigentlich gar nichts. Du bist einfach nur ein Supercell Programm eigentlich nur drin und du musst einfach weiterhin Supercell Programm einfach dich an die Regeln halten. Und dann, wenn Supercell soweit ist, dann kannst du einen Creator Code bekommen bei der höchsten Stufe. Aber es ist wirklich sehr schwierig bei der höchsten Stufe, bei Supercell wirklich zu erreichen, weil es gibt wirklich so viele YouTuber, die bei Stufe 2 irgendwie waren. Bei Stufe 3 irgendwie nicht geschafft haben, beziehungsweise Supercell, die geben einfach den Leuten nicht die Stufe 3, weil es einfach unfassbar schwierig ist. Bei Stufe 1 kann jeder auf jeden Fall werden, man muss einfach nur ein paar Sachen auf jeden Fall erfüllt haben, damit man diese Stufe auf jeden Fall bekommt. Man bekommt die nicht gratis, aber man bekommt die zu 90% sag ich jetzt mal gratis, die erste Stufe. Aber man muss trotzdem ein paar Sachen erledigt haben, um diese Stufe zu kriegen. Jetzt werde ich euch auf jeden Fall alle Schritt für Schritt erklären, wie mein Supercell Programm, also in die erste Stufe kommt. Schritt Nummer 1, ihr müsst auf einen Browser gehen, wie zum Beispiel Google oder Safari. Und in der Suche gibt ihr auf jeden Fall Supercell Creators ein, genau wie ich es hier geschrieben habe. Und direkt auf den ersten Link drücken. So sollte auf jeden Fall die Verbseite aussehen. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall hier rechts oben auf Joint Asse drücken, weil ihr wollt euch erstmal registrieren. Und jetzt ist auf jeden Fall hier gefragt, what is your age? Also das bedeutet, wie alt bist du? Also ein bisschen Englisch kann glaube ich jeder. Zum Beispiel, ich bin 16. Dann drücken wir einfach weiter, also auf Continue. Ich habe die ganze Verbseite gerade eben auf Deutsch übersetzt. Und hier steht, fangen wir an, um sich für einen Platz in unserem Creator Programm zu bewerben. Überprüfen sie, ob sie qualifiziert sind und melden sie sich an mit ihrer Supercell ID. Also es heißt, ihr müsst auf jeden Fall ein paar bestimmte Sachen haben, um diesem Programm beizutreten. Wie ich es auch am Anfang gesagt habe. Hier müsst ihr auf jeden Fall akzeptieren, dass ihr euch immer gut verhaltet. Und bei dem zweiten Schritt müsst ihr auch bestätigen. Und zwar, ich habe mindestens 100 Follower auf YouTube oder 25 Follower auf Twitch oder 1000 Follower auf TikTok. Eins von diesen drei Sachen müsst ihr auf jeden Fall haben. Nachdem ihr mit eurer Supercell ID verbunden habt, müsst ihr noch die letzten Schritte machen. Und zwar eure Vorname, euren Namen, wenn ihr geboren seid. Dann wird euch auf jeden Fall gefragt, welcher Supercell Creator ihr eigentlich werden wollt. In Brawl Stars, in Clash Royale, Clash of Clans, Bastards und sonstiges. Nachdem ihr diese ganzen Schritte gemacht habt, wird euch auf jeden Fall dieses Fenster hier eingeblendet. Jetzt bin ich auf jeden Fall offiziell in Stufe 1 Programm in Supercell. Und hier steht auch nochmal Supercell Creator und hier gibt es sogar You Elixiers. Das Ganze werde ich euch auf jeden Fall auch gleich erklären. Ich habe fast 60.000 Elixier und diese Elixier kannst du dann etwas kaufen. Darüber kommen wir gleich. Wie gesagt, ihr könnt mit eurem YouTube-Kanal, TikTok, Twitch anmelden und dann könnt ihr Belohnungen kriegen. Und dann könnt ihr euch kostenlos die Elixiers abholen. Zum Beispiel, dass ihr 1.000 Abonnenten auf YouTube irgendwie geknackt habt. Dass ihr 1.000.000 Aufrufe oder so auf YouTube habt. Ihr werdet dafür Belohnungen kriegen und zwar ihr bekommt dann diese Elixiers. Wenn man möchte, dann kann man auch jeden Tag hier auf diese Webseite aufrufen und du kannst jeden Tag Elixiers ein bisschen abholen. Das sind ungefähr 100 Elixiers. Wie ich es am Anfang auch gesagt habe, man kann diese Elixiers ausgeben. Und jetzt sage ich euch auf jeden Fall wie. Und zwar ihr müsst einfach hier auf Elixier und auf Traders Market einfach hinklicken. Und dann wird hier auf jeden Fall zu dieser Webseite auf jeden Fall weitergeleitet. Und diese ganzen Sachen könnt ihr auf jeden Fall an jemanden verschenken. Ihr könnt natürlich auch 5 Skins verschenken oder ihr könnt euch irgendwelche inklusiven, sage ich jetzt mal, Pins abholen. Und wirklich keiner kriegt. Nur der, der im Supercell-Programm jetzt eigentlich drin ist. Es gibt auch natürlich ein Aber. Zum Beispiel, ich kann nicht 5 Mal die Shibanita-Skins an jemanden verschenken. Zum Beispiel an meine Community. Weil hier unten wird auf jeden Fall auf Englisch geschrieben. Und zwar, diese Sachen sind nur für offizielle Super-Creator oder für Super-Creator nur verfügbar. Also das bedeutet, offizielle Creator sind Stufe 2. Super-Creator sind Stufe 3, die einen Creator-Code haben. Ich würde wirklich an meine Community solche Skins zum Beispiel jetzt verschenken. Aber ich kann leider nicht, weil ich bin erst Stufe 1. Aber eines Tages werde ich vielleicht ein offizieller Creator sein. Also dass ich Stufe 2 bin. Und dass ich euch irgendwelche Skins zum Beispiel verschenken kann. Weil das wäre auf jeden Fall etwas sehr Cooles. Und ihr würdet euch auf jeden Fall extrem freuen, wenn ich das Ganze mache. Probieren geht vor Studieren. Versuch es einfach. Weil derjenige, der nicht versucht, in diesem Programm reinzukommen. Dann, wie gesagt, bist du einfach derjenige, der nichts probiert hat. Also probier es einfach. Versuch es einfach. Weil das Leben besteht aufs Versuchen, Versuchen, Versuchen. Und eines Tages wird vielleicht etwas passieren. Jungs und Mädels, das war es auf jeden Fall mir dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst du hier ein bisschen Liebe da. Ein Like, dein Kostens, ein Abo. Würde mich einfach sehr freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, z.B. zu diesem Super-Creator-Programm, bitte alles in den Kommentaren schreiben. Ich schließe die ganzen Kommentare. Ich like die Kommentare. Wenn ihr eine bestimmte Frage habt, beantworte ich das Ganze auch natürlich. Also schreibt gerne deine Fragen in die Kommentare. Würde mich einfach sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, bei der nächsten Schraube. Wir sehen uns bis dann. Ciao. Jungs und Mädels, nur meine kleine Information für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe auf jeden Fall auch nämlich einen Discord-Server. Der Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Hier sind auf jeden Fall 172 Mitglieder. Da könnt ihr euch irgendwelche Freunde suchen, mit denen ihr Fortnite spielen könnt oder Brawl Stars spielen könnt und viele andere Sachen noch. Also in der Videobeschreibung checkt es gerne ab. Ach ja, ich habe euch vergessen etwas zu sagen. Und zwar ich habe auch Instagram. Schaut da gerne mal vorbei. Lasst dort nur mal einen Follower da. Da poste ich auf jeden Fall manchmal Bilder. Also es wäre auf jeden Fall sehr nett. Link, Videobeschreibung nicht vergessen. Für die Leute, die nicht wussten, ich habe auch TikTok. Ich heiße auf TikTok genauso wie hier auf YouTube, wie ihr sehen könnt. Auf TikTok bin ich auf jeden Fall etwas beliebt als hier auf YouTube oder Instagram. Hier, ich habe 78.000 Follower. Und viele, viele, viele weitere spannende Sachen findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Meine anderen Social Medien. Guck mal, du machst hier einfach nichts. Bitte check das einfach ab. Link, Videobeschreibung. Du weißt es Bescheid. Vergiss es bitte nicht. Nochmal, Link, Videobeschreibung.